Blinde können sehen, Stumme können sprechen. Ein Wunder, das Jesus tat. Einmal folgten Jesus zwei blinde Männer. Sie bettelten ihn die ganze Zeit. Jesus, hilf uns! Da ging Jesus mit ihnen in ein Haus. Er fragte sie, glaubt ihr, dass ich euch heilen kann? Sie antworteten ihm, ja, das tun wir. Da fasste Jesus ihre Augen an und sie konnten wieder sehen. Jesus sagte ihnen, sie sollten niemand davon erzählen. Aber als sie gegangen waren, waren sie so begeistert von ihrer Heilung, dass sie es allen Leuten erzählten, die sie trafen. Gleich danach wurde ein Mann zu Jesus gebracht, der von einem bösen Geist, einem Dämon, beherrscht wurde. Er konnte deshalb nicht sprechen. Jesus befahl, dem Dämon zu gehen. Und der Mann wurde frei und konnte wieder reden. Alle, die das sahen oder davon hörten, waren begeistert. So etwas hatten sie noch nie zuvor erlebt. Wochenende Frauen sind die